gegen Windiii... Ptää? Keine Ahnung. Schauen wir mal was da herumläuft. Zero Two. Jeder hat Zero Two. Den will keiner machen, Jamba. Warum? Na dann. Keimon, Theo, Harmonia. Eigentlich recht easy. Solange Theo nicht komplett durchdreht. Soll ich das Team da unten lassen? Schauen wir mal was besser ist. Perfekt wäre natürlich immer, wenn ich einen dritten Skill auf Harmonia machen würde. Mit Theo. Und gleichzeitig Theo dabei Enduro poppen würde. Meine Angst ist halt immer, dass... Ähm... Harmonia... ...nicht stirbt. Probieren wir es einfach mal. Jo. Ähm... Uuuuh... Das ist... Das ist grad mega kacke. Ähm... Okay. Schaut schon gar nicht mehr so schlecht aus. Na gut. War nicht... ...optimal. Ja. Ähm... Ja. Machen wir halt Heels. Sean hat grad verkackt. Provoke. Provoke. Naja. Ähm... Und... Ja. 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 Meine Sean ist... Gestunt und ge-defence-braked und gebroken und... Toll. Und... Re-Chash dreht auch schon wieder komplett durch. Ähm... Ja, schon, hä. Ok... Wirklich, hä, Panda-Defense-Break mal irgendwas, hä. Cancel. Oh, komm. Da hab ich stolz pender. Revenge stun, wo gibt es sowas? Dispers stun. Dispers stun. Kommen, wireproc, 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 nö. Ich kann einfach nicht defense breaken, stun, resisted, eh klar. Kommen, pender, nö. Wo sind meine wireprocs? Aber immerhin. Oh, da kommt er und Perl hat sogar wieder second life ready. Easy, 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 easy. Ja, kill mich. Und ein defense break. So, schauen wir mal was Sean defense breaken können. Warum auch? Können wir stunnen? Nein. Dafür kriegt man Revenge stun. Kommt pender, gib Gas. Warum Procs so nicht rausschauen? Boom. Jawoll. Easy. Na gut, nicht ganz so easy wie ich vielleicht tue, aber komm. So, was ist da mit den grünen da? Wir können auch den da, warum nicht? Genauso easy. Genauso easy. Okay, tschak tschak. Was soll passieren? Kill den verkackten Skogo. Oh my god. Nein. Okay, und der stript mich jetzt komplett, ne. Naja, das war jetzt nicht so wild. Und das Ding ist... Naja, Attack Buff sag ich hier. Wie heißt's? Defense Buff gestript. Das heißt, plus Will, das heißt ich brauche Bulldozer Nuke gar nicht machen. Ich wollte grad sagen, ich kann jetzt nur auf einen Stun hoffen, aber das ist auch schon... Ja, was soll's? Ich probiere es halt, aber er wird nicht sterben. Ja, nicht mal annähernd. Ähm, Copper wird ihn auch nicht killen. Das heißt, das macht jetzt gleich Boom. 3, 2, 1. Na ja, Harmonie muss nochmal reinwirken hier. Skogo wieder voll. Na gut. Schild. Ähm. Schild ohne... Also das Schild war ungefähr 5000 Damage. Ich wusste erst dann meinen verkackten Luschen hier. Das nervt mich schon wieder, hey. Judas. Jetzt weiß ich, warum ihn keiner machen wollte. Nein. Ah ja. Ah ja. Ja, komm. Ich mach den da gleich. Was machen wir da? Tendieren würde ich ja eigentlich zu Katharina, aber das ist genauso... Lucky. Aber mir ist ja schon egal, ehrlich. Interessiert mich gerade schon nicht mehr. Ähm. Naja. Ein bisschen... Nervt mich irgendwie ein bisschen so ein Team zu machen unten. Immer mit Woosa einfach. Aber da sieht man eher was passiert, wenn Shawn irgendwie einmal Provoke rauskriegt. Endlos Stun und alles. Toll. Ich hatte irgendwie gehofft. Naja. Ich wollte gerade sagen. Strip Invincibility. Ja. Ich hatte irgendwie gehofft, dass... Wer heißt der Wetschert? Kein Antiquid macht. Tja. Wenigstens habe ich da gerade Lack gehabt. Allright. Wie langsam die sind hier. Haha. Perner. Ja. Okay. Perner. Was hat Perner? Weiß ich nicht. 10k HP oder so. Ne? Süß. Ne. Schon. Muss wieder alles verkacken hier. Ne. 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 Peinicalhon yumpty buffen sollen. Nagut. Ne. Jetzt kennst du dich wieder, na gut, kennst du dich nicht selber, das freut mich. Okay, das war's schon wieder, Skolls hab ich keine, weil ich keine Zeit hab. Ja, Siege ist gerade am Rendern und wir sind aber noch nicht fertig, auch nicht, aber sieht der Wald gut aus, Siege gibt's dann irgendwann morgen, so zum Mittag oder so, rendert gerade noch 4,5 Stunden, ja, also dann bis morgen. Okay, das war's schon wieder. Okay. Okay.